Die Entwicklungen unserer Natur sind gewaltig. Sind die Nährstoffe im richtigen Gleichgewicht, erhalten wir ein sogenanntes Superfood. Sinsino bietet modernste und erstklassige Produkte der neuen Pharmakoernährungswissenschaft, welche die aktiven Nährstoffe der Nahrung nutzen, um das Ungleichgewicht unseres modernen Lebensstils zu bekämpfen. Fisch zu essen ist gesund. Es ist richtigerweise bekannt, dass ein höheres Omega-3-Niveau ein gesundes Herz und eine optimale Hirnfunktion fördert und Ihr Immunsystem stärkt. Wie viel benötigen Sie? Um dies zu erfahren, messen Sie mit Hilfe des Sinsino-Tests das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Wir haben mehrere 100.000 Menschen getestet. Unsere Statistik zeigt, dass 95 von 100 Personen zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 aufweisen. Unsere DNA wurde mit einer Balance im Verhältnis 1 zu 1 programmiert. Heute liegt der Durchschnitt bei 15 zu 1. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollte eine gesunde Balance für das Herz bei unter 5 zu 1 liegen. Die Wissenschaft empfiehlt sogar 3 zu 1. Balance Oil ist oft effektiver als normale Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel. Lassen Sie uns erklären, warum. In den meisten Omega-3-reichen Lebensmitteln wie in Meeresfrüchten, Samen und Nüssen finden wir ebenso einen hohen Polyphenolgehalt. Polyphenole sind Mikronährstoffe, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, Oxidation in den Zellen und Zellmembranen zu reduzieren. Leider wird diese wichtige Tatsache von der Omega-3-Industrie ignoriert. Sie lässt die Polyphenole außen vor. Zinsino respektiert und versteht in diesem Punkt die Natur und kombiniert das qualitativ hochwertige Omega-3 mit der stärksten Quelle von Polyphenolen, einem früh geernteten Olivenöl. Wenn diese beiden gemeinsam wirken können, wird eine kraftvolle Synergie erreicht. Für den letzten Schliff haben wir das Sonnenvitamin, das Vitamin D3, den Schlüssel zu einer gesunden Immunabwehr hinzugefügt. Fügen Sie Ihrem Leben mehr Lebensqualität hinzu. Dafür gibt es kein besseres Produkt als das Balance Oil. Machen Sie den Test und wählen Sie eines der Balance-Produkte. Balance Oil mit seinen tollen Geschmacksrichtungen oder Aqua X, das mit Wasser gemischt einen leckeren Zitronendrink ergibt.